ok dann soll es heute in die ebene gehen aber ich würde gerne wenn ich das teure schlenden fleisch fahrt würde ich mir gerne noch hirscheintopf machen gegrillter hirsch ich habe keinen gegrillten hirsch mehr grillen bei dem mal davon brauche ich zwei und davon brauche ich zwei die suppe ist mir einfach zu teuer da geht es auch einmal raus die versehentlich noch guter so genau wo wollten wir jetzt hin ich wollte mich jetzt einer ebene ein bisschen breit machen das könnte ich ja das da machen aber ich hatte mir genau hier wollte ich mir das ganze ja mal ein bisschen hübsch machen wir können uns hier irgendwo so den bauernhof einrichten ja dann will ich sein doch mal hin müsste jetzt tatsächlich ach ja doch genau knochenwanst genau genau passt ach moment werkzeug vergessen denn ich würde gerne da auch gleich ein bisschen einebnen ein paar steine nehme ich auch gleich noch mit habe ich das hier ne das werkzeug habe ich den glaube ich hier genau das brauche ich nämlich dafür machen wir zur seite den brauche ich nämlich gerade nicht dann haue ich noch ein paar zwei steck steine in die tasche denn ich würde mich ja gleich so hoch bauen dass wir die kobolde schon mal nicht hoch kommen das wäre jetzt mein ziel das wäre jetzt mein ziel hake hake ok dann lassen wir das haben wir genug und dann kommt auch das portal kommt dann da gleich rüber schleich haben wir auch genug hallo so bevor der etwas nervig wird das würde ich so ein bisschen streifen nur kurz genau dass wir uns dann hier so in dem eck ebene gebirge und grasland ansiedeln das ist so mein ziel da so ein plateau hin bauen und bärchen die sind auch die die nehmen aber mit Okay. Das einzige Strupp, was hier im Weg steht. Soll ich auch wieder mal oben vor die Berge. Nur auch passend. Dass jetzt hier nicht irgendwie ein Wolf auf den Kopf springt. Das ist bei der Ausdauer irgendwie ein bisschen. Ich bin ja auch ein Held. Ich renne hier ohne komplettes Buffout rein und will in die Ebene. Doch wahnsinnig. So, da ist schon derjenige welcher Punkt. So, ach, willst du hier noch ein bisschen brauchen können? Oh, da kommt schon an. Der erste Kollege. Ich brauche eine Bergbank. Hätte ich auch mal dran denken können. Ja, wo muss ich da runterholen? Wie viel haben wir? Reicht. Reicht. Reicht für eine Bergbank. Ah, verdammt. Ja. Ähm. Okay. Soll ich mir das jetzt Mut oder Angst machen? Das weiß ich gerade noch nicht so richtig. Das weiß ich. Und den auch, du hast ganz sicher gemacht. Ich weiß nicht, ob das Böde für dich ist. Allerdings muss das nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was ich gereicht. Das ist das Böde für dich. Kommst sie die. Böde für dich. Ach. Ja. Das ist das Böde für dich. Auch das Böde für dich. so allein das wollte ich haben die Tanne muss weg die nervt nämlich gerade die Tanne muss weg noch mal hier hinstellen so einer ist weg nein das ist schon eben das ist schon mal ganz gut ach quatsch ach quatsch und wieder einebnen schön nicht so so jetzt gar nicht wie viel finde ich möglich ok ach wahrscheinlich weil es zu hoch ist naja hätte ich vielleicht doch müsste ich vielleicht doch ein bisschen tiefer bauen so 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 schön saubere kente kriegen so 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 hier so 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 ein bisschen ebnen hier so 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 es fällt ziemlich steil ab also von daher ja muss ich mal schauen ich finde du hast du Essen vertragen was haben wir denn noch ein paar Würstchen Steine haben wir 47 40 toll ach das ist ein Stein da ne deswegen kann ich da wahrscheinlich nicht ansitzen ich sehe das ich sehe das es eilt es feilt so Hacke kaputt genug Steine haben wir dann würde ich sagen hä das blöde ist jetzt nicht möglich ist hier noch was möglich so dann würde ich ein paar Steine wegfräsen hier schlucks ach es wird dunkel das ebnen hier noch ein bisschen und dann sollten wir uns von denen schleichen ja, beim nächsten Mal wirklich ein bisschen Holz mitnehmen dass man da schon mal anfängt eine Hütte zu bauen das war ja nicht immer so großartig hinlaufen müssen das einzige blöde ist ich müsste irgendwann die Tore umwenden weil das hat ja mit Wands nichts mehr zu tun das ist ja eben genau, da würde ich einfach sagen das machen wir auch so ich baue nehmen wir Sachen für ein Tor mit nennen das Ebene genug Edelholz haben wir ja hier Augen haben wir in der Kiste Sodlingkerne haben wir auch dann benenne ich in der Base das Tor um oh, Alter blöde Berge und dann ja dann haben wir unser Ebenen Lager das müssen wir schon absichern dann und wenn wir dann irgendwann mal Getreide haben können wir denn da auch unsere Farm hinbauen unsere kleine Farm kochen kochen müsste ich dann auch mal wieder kochen müsste ich dann auch mal wieder ne, jetzt stopfen wir das nächste Mal gleich Sodlingkerne noch in der Tasche paar Augen Warte, jetzt fängt auch noch an zu regnen also wird Zeit das weiter zu suchen oder können wir die Hütte hier aufgeben die brauchen wir dann nicht mehr so ja, okay dann haben wir für das nächste Mal was zu tun wir können das ist es es dann wir können es Untertitelung. BR 2018